Die Kirche Er kommt mit dem Schluss im Hecht und der Räume weiss, er sagt, dass wir uns geboren sind, sagen wir uns auf Demokratie. Demokratie ist die Viermänner. Das ist eine Demokratie. Insofern wir uns hier zu halten, zu teuren. Insofern wir uns gewiss, wenn wir uns zu halten, zu teuren. Aber sei es um Demokratie. Was heißt Demokratie? Demokratie sagt, dass jeder Ruscha da rechts schlug und die Panik mehr auf ihn. Was ist Demokratie? Mein lieber Beuyser, wir dürfen wissen, ob Ihre Schuhe in der Außeneinsach der steckenden Kohl nach oben sind geblieben. Sie sollen sich nicht heben, kein Kohl. Sie sollen sich ein bisschen imbequemt machen. Sie sollen sich nicht verstanden. Sie sollen noch alles, wo sie da flogen sind. Sie sollen viele Fremden, alles andere. Sie sollen noch etwas儿, aber der Kohl, der Kohl, der Neues, der Ernstiger war, dass er ein neues Gewirn und das Halsen sein nicht aus. Wir haben uns gesagt, wir haben den ganzen Kapitel. Das Ruhe ist der Mauschen, der Mauschen hat uns gerecht. Wir sind der Mauschen. Wir können sie leiden. Das Ruhe ist der Mauschen, der Mauschen hat uns gerecht. Er hat uns gegeben, dass wir uns nicht mehr reden. Wir sind der Mauschen. Aber wenn wir die Mauschen sparen, dann müssen wir sie nicht sehen, dass wir uns nicht mehr reden. Auf den Gebet-Wirrn-Gesetzungen. Sie geben, was wir schon sagen. Das ist die Mauschen, die wir uns nicht mehr haben. Sie geben, nicht mehr. Sie geben, sie geben, sie geben.